Kaum ist Tanksgiving vorbei, haben einige Stars bereits ihre Weihnachtsdekoration hervorgeholt. Dazu gehört auch Kylie Jenner, 24, die in der festlichen Jahreszeit auf eine deutsche Tradition setzt. In einer Instagram-Story präsentiert die 24-Jährige, die momentan ihr zweites Kind erwartet, eine dreistöckige Weihnachtspyramide aus Holz. 889 Euro für eine Weihnachtspyramide Offenbar ist die Weihnachtsdekoration nicht nur hierzulande beliebt, sondern hat mittlerweile auch internationale Fans. Wie die britische Daily Mail berichtet, handelt es sich bei der Pyramide um ein handgefertigtes Stück eines deutschen Familienbetriebs. Für ein Exemplar werden laut Webseite schlappe 889 Euro für Lichterversand noch nicht eingerechnet. Doch mit der Pyramide ist es natürlich noch nicht getan, in Jenner's Story ist zudem ein beleuchteter Tannenbaum und eine Hirschfigur im Hintergrund zu sehen. Realität-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner ist zum zweiten Mal schwanger. Das bestätigte sie Anfang September via Instagram. Nach Tochter Stormi, 3, die Anfang 2018 zur Welt gekommen ist, ist es ihr zweites gemeinsames Kind mit Träge Scott, 30. Der Rapper machte vor kurzem mit einem traurigen Ereignis Schlagzeilen. Zehn Menschen sind am 5. November bei der Massenpanik auf dem Astro World Festival beim Auftritt von Scott, der das Festival seit Jahren veranstaltet, ums Leben gekommen. Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, fordern nun 125 Opfer und deren Angehörige 750 Millionen US-Dollar, rund 660 Millionen Euro.